Hey, Sonnenschein. Du hast mich gerettet. Einen Scheiß habe ich. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller und Hoffnung schimmert für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Okay. Ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus. Ich habe den Kontakt zu Carlos verloren. Erwarte also Ärger. Ich werde ihn nicht davon abbringen. Ich werde ihn nicht davon abbringen. Das muss der Weg nach unten sein. Wieso hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Das muss der Weg nach unten sein. Das muss der Weg nach unten sein. Das muss der Weg nach unten sein. Ich gebe zu, ich respektiere deine Zähigkeit. Aber leider enden unsere Spielchen hier. Du glaubst, das ist vorbei? Genau. Merde dich. 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 Was ist das? 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 Mist ist das? Was 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 ist das? Vielleicht kann ich damit den Impfstoff synthetisieren. Was ist das? Das war's für heute. Leistung nicht ausreifend. Bitte aktivieren Sie das Hilfsaggregat. Das war's für heute. Das muss die Stromversorgung sein. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.